Ich begrüsse Sie zu einem neuen Gespräch mit Prof. Dr. Thomas Rau. Wir sind hier in seinem Sprechzimmer in der Klinik Biomed Center Sonnenberg in Schwellbrunn, ein kleines Dorf im Kanton Appenzell in der Ostschweiz. Wir haben vor, einige solche kurze Videoaufnahmen, Gespräche zusammenzuführen. Heute sind wir beim zweiten Thema. Es geht um ein bisschen seine Karriere, was er in seinem Leben erlebt hat im Bereich der biologischen Medizin, wo er ein absoluter Pionier ist in der Schweiz. Herzlichen Dank, Thomas, für deine Zeit. Du hast am Anfang deiner Karriere eine eigene Klinik gegründet für biologische Medizin. Kannst du uns das noch ein bisschen erzählen, wie das gekommen ist? Du hattest ja vorher eine eigene Praxis. Wie kommt ein praktischer Orts dazu noch eine Klinik zu gründen? Ja, das haben damals meine Kollegen auch nicht begriffen. Warum ich das? Was, du spinnst ja, du hast die beste Praxis weit herum und machst jetzt etwas Neues. Ja, warum? Ich habe in meiner Tätigkeit im Kurzentrum Walzenhausen, das war 1981 bis 1992, habe ich je länger, je mehr die biologische Medizin ganzheitliche Methoden integriert und das war total erfolgreich. Ich wurde deutlich erfolgreicher durch die Integration von Stoffwechselsachen, von Diät, von Neuraltherapie, von Sahnungmitteln. Und ich bin dann an die Eigentümerfamilie herangetreten, des Kurhauses, dieses Kurzentrum umzuwandeln, weil ich hatte ohnehin schon einen riesigen Zulauf auf ganzheitliche, ein erstes ganzheitliches Kurzentrum zu machen. Ich war auch eine Zeit lang, das gab es damals noch, die Präsident der Kurärztevereinigung der Schweiz und in dieser Funktion, die gibt es gar nicht mehr. In dieser Funktion bin ich auch ins Ausland gegangen, in den Lanzerhof, nach Wörthersee, nach Bad Kissingen, nach weiß ich wohin. Und was habe ich da erkannt? Da sind ja die Häuserwaren voll von Schweizer Patienten. Ja, warum gehen die Schweizer Patienten denn nach Österreich oder nach Wörishofen? Ja, da machen wir doch was falsch. Weil die gehen dahin, weil da gibt es Häuser, die verkaufen eben diese Naturheilverfahren. Das habe ich dieser Eigentümerfamilie, die ich ganz, ganz hoch schätze, vom Kurhaus Walzenhaus, habe ich das dann gesagt. Nein, das können wir nicht machen, weil dann ist dieses riesige Haus an ihre eigene, an ihre Einzelperson fixiert. Ich verstehe das aus unternehmerischer Sicht. Dann habe ich mich entschieden, dann gehe ich und beginne nochmals neu. Weil meine Medizin, die wirkt und die ist besser als was ich bisher gemacht habe. Und dazu bin ich noch kräftig genug und mache das. Geschenk des Himmels, das muss, ja, es war wirklich ein Geschenk des Himmels, dass ich gerade dann angefragt wurde, ob ich nicht diese damals tarbende Paracelsus-Klinik in der Lustmühle übernehmen würde. Die hat schon existiert? Ja, die hat existiert. Da war ein ganz charismatischer Heilpraktiker, das war auch ein Doktortitel, Dr. Winkelmann, der hat das gegründet, 1958 und ist dann verstorben. Seine Familie hat das weitergeführt, aber es ist dann so runtergekommen, leider, leider. Und das konnte ich dann übernehmen. Aber wir hatten damals, glaube ich, sieben Leute in dieser Klinik und ein wirkliches Gebäude. Also du hast das übernommen und das war vorher schon da und es war deine Aufgabe, die Klinik weiter auszubauen? Genau, genau. Ich habe das nicht allein übernommen. Wir waren ein Zahnarzt, das hat mich sehr geprägt. Wir waren ein Unternehmer, das wisst ihr ja, das ist Jörg Binz gewesen von der Epifarn nachher. Und wir drei haben diese Klinik dann übernommen, also dieses Clinically übernommen. Also du warst da allein, der einzige Arzt? Ja, ich war dann der einzige Arzt und habe dann relativ schnell einen Kollegen gefunden, Dr. von Tönkes, ein anthroposophischer Arzt, der kam dann gleich auch. Und das hat mich, oder uns, sehr, sehr, sehr geprägt. Und dann ging es einfach aufwärts. Warum? Weil wir strikt waren. Ich habe mich entschieden, ich mache nur biologische Medizin. Und das bilde ich aus. Und wer das will, kann das haben. Wer das nicht will, der soll woanders gehen. Ja, und das war wahrscheinlich der Schlüsselentscheid. Ja. Okay, aber jetzt hast du da in der Schweiz eine Art Medizin eingeführt. Da warst du wahrscheinlich der einzige weit und breit. Ja und nein. Da waren schon andere gute Leute auch. Ich denke zum Beispiel an Dr. Marcel Brander von der Rescolab Klinik. Der hat ja zu ähnlicher Zeit Ähnliches auch gemacht. Hatte allerdings viel die grössere Institution. Oder da war damals noch der Dr. Bircher von der Bircher-Benner-Klinik. Die haben auch Ähnliches gemacht. Also es gab schon einige, die das gemacht haben. Ja, war das Konkurrenz oder war es Kooperation? Man kann es so oder anders sehen. Auf jeden Fall, es gab andere schon auch. Okay. Ja. Aber trotzdem, ich meine, du bist Schulmediziner, ich auch. Und wie war das damals? Wir erleben ja heute noch relativ grossen Widerstand der reinen Schulmediziner. Wie war das damals für dich hier in dieser konservativen Gegend, eine Klinik aufzubauen mit einer völlig anderen Philosophie? Ja, das war so, dass ich denke, die Nordostschweiz ist dem der Naturverfahren sehr offen eingestellt. Erstens das. Und zweitens, zu jener Zeit waren halt die kollegiale Toleranz war noch anders, als das sie heute ist. Man hat halt den Spinner Dr. Rau hat man halt ein bisschen sein lassen, was er da macht und hat eigentlich mich nicht eingeschränkt. Ich habe aber auch nie polarisiert. Das tue ich nicht. Die Schulmedizin hat ihre Stärken und ich habe das auch immer versucht zu integrieren, weil ich ja selber auch eine Ausbildung habe. Und ich denke, weil ich kein konfrontativer Mensch bin, habe ich auch nicht sehr viele Konfrontationen gekriegt. Ja. Jetzt kamen ja in diese Klinik immer mehr auch ausländische Patienten. Wir sind hier in einer kleinen, konservativen Gegend in der Schweiz. Wie kommt es jetzt, dass Amerikaner von dieser Klinik gehört haben? Ja, das ist ganz einfach. Es ist eine lange, lange Entwicklung. Was ich gemacht habe, habe ich jetzt 30 Jahre konsequentestens gemacht. Und ich wurde dann gefragt, ob ich über meine Methoden sprechen würde, von der Firma Sanum oder von der Firma Hehl. Und die hatten Ablagen in Amerika und so weiter und so weiter. Und weil ich sehr gerne lehre und auch gerne Vorträge mache und so, wurde ich halt dann immer mehr angefragt. Und weil ich eben ein Programm habe, das es sonst nicht gibt. Ein Programm, das bei unklaren oder chronischen Krankheiten wirkt. Und das habe ich einfach vertreten. Und nichts anderes. Also ich habe immer gesagt, ich verkaufe Maserati oder Ferrari und ich verkaufe nicht Fahrzeuge. Ja. Und übertragen in die Autowelt. Und ich mache nur das. Aber das mache ich am besten, wie es mir geht. Also du hast in Amerika Vorträge gehalten? Ich habe in Amerika Vorträge gehalten. Wir haben dann eine Vortragsorganisation gegründet in Amerika. Ich wurde angefragt, eine Klinik dort zu helfen, mit aufzubauen. Das haben wir dann zusammen mit der Paracelsus-Klinik damals gemacht, in Amerika. Und so hat eins das andere ergeben. Und ziemlich bald habe ich dann meinen Zwei-Jahres-Ausbildungskurs gemacht, der enorm Anklang fand. Ich habe mittlerweile über 500 Alumni, wenn man so will, so zugewandte Ärzte und Leute, die bei mir in Ausbildung waren in den USA. Also es ist ein recht grosser Zirkel. Ja. Kannst du uns vielleicht sagen, welche Krankheiten besonders geeignet sind für die biologische Medizin? Besonders geeignet für die biologische Medizin sind die unklaren Krankheiten, für die es nicht einfach ein Guideline, ein Richtlinienkonzept gibt, das man dann einfach gibt, die dann leider nicht besser werden. Die Menschen, mit denen nicht weitergekommen sind mit der Schulmedizin. Also wo man praktisch gar keine Diagnose erhalten kann? Ja, die keine Diagnose haben. Oder auch die modernen Krankheiten, welche verschiedene Ursachen haben, eben die Autoimmunenkrankheiten. Und, das weisst du ja, dass eben auch Krebskrankheiten in immer grösserer Zahl zu uns kommen. Also ich habe heute die modernen Krankheiten, das sind die unklaren, chronischen Müdigkeiten, Nebennierenschwäche, Autismus bei Kindern, Verhaltensstörungen bei Kindern, dann aber auch die ganzen Autoimmunen Leiden. Und die Hälfte meiner Patienten sind Krebspatienten, die einfach nicht nicht weiterkommen. Gibt es auch austherapierte Patienten, die zu dir kommen? Ja, viel zu viele. Ja, ich habe wirklich sehr viele austherapierte Patienten. Was heisst, die sind austherapiert, man weiss nicht mehr, was man mit ihnen machen soll. Und da muss man die Menschen muss man anders angreifen, die muss man anders evaluieren und eben die Ursachen ihrer Leiden finden, anstatt dass man nur eben die Symptome behandelt oder die Diagnose behandelt. Weil die Diagnose stimmt häufig gar nicht, weil sie eben breiter ist. So habe ich jetzt auch, das weisst du ja, habe ich diese Entität aufgebaut, Ursachenbehandeln.ch, also dass ich eben wirklich das mache. Können wir nachher noch darüber sprechen, was das dann ist? Nehmen wir die Krebskrankheiten. Heute in der Krebsforschung geht man davon aus, dass es ein genetisches Problem ist oder ein Chromosomenproblem, also dass die Ursache des Krebses in den Zellkernen liegt. Wir sind ja beide mit dieser Theorie nicht einverstanden. Kannst du vielleicht kurz erklären, was wir denn anders machen, also du hier in deiner Klinik, was du anders machst als die Schulmedizin bei Krebs? Die Schulmedizin bei Krebs behandelt gegen den Krebs. Die zerstört den bösen Terroristen im Körper drin, der sich ausbreitet und den Staat Menschen zerstören will. Dieses mechanistische Denken. Und dazu gibt es fantastische Methoden, Bestrahlung, man kann es operieren, blöd ist nur, dass einzelne Zellen noch drin sind oder man macht mit Chemotherapie blöd ist nur, dass das auch die anderen Zellen kaputt macht und so weiter. Es ist immer diese Anti-Mentalität. Warum kriegt denn nicht jeder Krebs? Warum gibt es Leute, die zwar die Gene auch haben, aber kriegen keinen Krebs? Weil andere Ursachen fehlen, die eben zu Krebs begünstigen. Und wir suchen diese anderen Ursachen. Und ich habe seit, ja auch wieder seit mindestens 20 Jahren, mache ich diese Ursachen orientierte Medizin. Und wenn ich schaue, was ist denn hinter diesen Leiden? Entweder eine kanzerogene, eine krebserzeugende Situation. Jeder weiß, wenn man raucht wie blöd, dann hat man eine hohe Chance für Lungenkrebs. Das weiß jeder. Aber niemand anerkennt oder weiß, dass wenn man Perfluoro-Oktansäure in sich drin hat, dann kriegt man Brustkrebs. Oder wenn man Glyphosphate hat. Ja, was sagt der? Glyphosphate, Perfluoro-Oktansäure, sowas Blödes. Ja, aber wir testen es. Die Schulmedizin testet es nicht. Und ich finde, bei über der Hälfte der Krebspatienten finde ich Entgiftungsstörungen, finde toxische Belastungen mit kanzerogenen Substanzen, die man ausleiten, das heisst entgiften kann, denen man antagonistisch entgegenwirken kann und die Krebsentwicklung steht still. Also da sind eben Ursachen dahinter. Und wenn ich bei tausend Krebspatienten schaue oder noch viel schlimmer bei Autoimmunen leiden, dann sehen wir, das sind immer toxische Ursachen. Also mit Abstand das Wichtigste. Und das Immunsystem. Ein normaler Mensch, ein gesunder Mensch hat Krebszellen in sich. Das kriegt jeder. Und das ist übrigens auch schulmedizinisch-wissenschaftlich anerkannt. Und warum kriegt er denn nicht Krebs? Weil er ein Immunsystem hat. Ja, da müsste man doch schauen, ob man nicht das Immunsystem anregen kann. Das höre ich leider bei den Onkologen nicht. Aber wir haben Methoden, das Immunsystem anzuregen. Ja, wie denn? Ja, das Immunsystem liegt zum grossen Teil im Darm. Also muss man den Darm sanieren. Um das tun zu können, muss man die Ernährung umstellen. Ja, es wird… Jetzt bist du schon mitten in der Lehrtätigkeit. Es ist so logisch. Darum habe ich mich entschieden, die Bio, es geht um den Körper, logische Behandlung zu machen. Biologisch. Ja, weil sie ist logisch. Meine Therapie, die ist einfach auf Ursachen basiert und ist logisch. Ganz einfach. Ja, aber weisst du, ich habe zu jeder dieser Säulen, komme ja nachher noch auf die Säulen, habe ich diagnostische Methoden. Ich kann nachweisen, ob mein Patient eine Entgiftungsschwäche hat. Ich kann ihn genetisch testen. Meine Patienten, über 40 Prozent meiner amerikanischen Brustkrebspatientinnen, haben einen genetischen Mangel an Entgiftungskapazität. Die werden aber nicht untersucht. Dabei kostet es etwa 200 Franken. Man kann sie testen, ob sie eine Entgiftungsstörung haben und sogar auf was. Und dann kann man diese Toxine suchen, findet sie, hups, der ist ja belastet und hat drum den Krebs. Man scheidet aus und die Rezidivrate geht zurück. Das ist sehr wissenschaftlich. Wir sind weiterentwickelt als die Schulmedizin. Wir kommen im nächsten Block noch auf dieses Thema zurück, Thomas. Du hörst dich. Ich kann dann nicht mehr aufhören. Ich würde noch so gerne zweistündige Gespräche führen, aber dann hören uns die Leute vielleicht nicht mehr zu. Kannst du zum Abschluss noch sagen etwas über deine Akademie? Du hast eine Akademie gegründet, wo es darum geht, Fachleute auszubilden. Was ist da dein Ziel? Ja, also ich muss sagen, die Akademie hat sich halt so entwickelt. Und das ist dann immer mehr institutionalisiert worden. Dann hatten wir ein ganzes Ausbildungsprogramm und so weiter. Und das lief eigentlich sehr gut. Ich habe auch den Mitarbeiter dann angestellt und das lief relativ gut bis zu Corona. Und das hat uns eine ganz tiefe Kerbe hineingeschlagen, die Corona, die Restriktionen, weil wir jetzt nicht mehr offene Seminare, also frontale Seminare halten können. Mein Stil ist die frontalen Seminare. Und wir sind jetzt dran, das umzuwandeln zu Online-Seminaren. Das ist aber recht schwierig. Aber sprichst du da Ärzte an oder auch Heilpraktiker? Ich spreche Medizinalpersonen an. Ärzte, Zahnärzte, Naturopathen, also diese ND-Ärzte, diese naturmedizinischen Ärzte von Amerika. Dann in Amerika Chiropractoren. In Europa Ärzte für chinesische Medizin. Es kommen auch immer mehr offendenkende Homöopathen. Und aber auch Laien. Wir haben noch Seminare für Laien. Das ist auch wichtig. Ganz wichtig. Weil das Wissen über unsere Art von Medizin muss ja hinaus, damit viele Leute das kennenlernen und auch profitieren können. Genau. Wir sind am Schluss unseres Gesprächs heute. Ich bedanke mich herzlich bei dir, Thomas. Und wir sehen uns bald wieder zu einem nächsten Blog, wo es dann um die Grundprinzipien der biologischen Medizin geht. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020